Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. K. Stucky. Er wartet auf uns. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Alan, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Hm. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Stammtbild von ihm. Kleine Städte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio-Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin ihr größter Fan! Das höre ich nicht so dauert, aber ich bin es wirklich... Es ist nett, dass Sie das sagen. Rose. Rose, ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Oh, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. So viel zur Diskretion, ne? Ich habe den Starschnitt vom Buchladen bekommen, aus dem Schaufenster. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Der Sudden Stop. So viel zum ruhigen Urlaub. Probieren Sie den Kaffee. Aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen und Ihnen das Herz bricht, wenn Sie wieder abreißen. Okay. Der Rusty ist kein Mensch mehr. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Da sind wir schon zwei. Das geht mir auch so. Okay. Ah. Was ist denn mit euch, Jungs? Wir haben gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Coconut Nummer 6 in der Jukebox. Klar, machen wir. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Oh, yeah. Ist das dein Ernst? Coconut schon wieder? Das ist einfach wiserlich. Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Nummer 6. Jo. Lassen wir mal laufen. Ach, das sind Brüder. Okay. Was ist denn mit ihr los? Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky finden, den Schlüssel holen und dann nichts wie weg. Die Kellnerin ging mir auf die Nerven. Wie alle übereifrigen Fans. Hm. Okay. Mr. heißt wohl, er ist hier. Klopfen wir mal. Hallo? Mr. Stucky? Karl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Die alte ist gruselig. Können wir mal mit der reden? Der Cauldron Lake ist in besonderer Art. Sehr inspirierend. Ja, schön. Das hoffe ich doch. Aber wir sind ja hier, um Urlaub zu machen. Jawohl, Inspiration geworden ist gut. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Hat die da eine Lampe dabei? Die muss repariert werden. Dann muss ich Sarah sagen, dass sie sich um das Licht an der Wache kümmert. Das ist schon zu lange fällig. Okay. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Das ist ja gerade eingeschlafen. Super. Verfluchter Leistenbruch. Schwillt an wie ein Ballon. Wenn ich mehr als einen Löffel hebe. Alles super. Es ist lange her, Tom. Schön, Sie zu sehen. Hey, wir haben nicht zufällig was für Trinken dabei. Ihr seid in einem Café, Leute. Bestellt euch doch was. Schön, Sie zu sehen. Ich gehe zurück an die Arbeit, sobald Dr. Hartmann hier ist, Rose. Aber ich freue mich nicht gerade auf die eklige Brühe, die wir im Barcafé haben. Ah, sie ist wieder da. Tschüss, Mr. Wake. Tschüss. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Ah, perfekt. Nach dem Traum kann man sowas gebrauchen. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr... Ihr Schlüssel! Okay, er hält sich so die Birne, als hat er eine draufgekriegt. Das hat er kurz wieder geleckt. Das liegt, glaube ich, echt am PC, dass die Spieler zwischendurch lecken. Ich kann nicht sagen, warum. Das wäre der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind. Okay? Okay. Wir können später drüber reden. Er ist Batman auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit zwei Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht. Seit meinem letzten Buch. Und jetzt das Wetter. Es wird eine klare Nacht. Also, ihr Stadtmenschen, riskiert euch mal einen Blick nach oben und guckt euch an, wie Sterne aussehen. Hier draußen wird es ziemlich dunkel, aber sie leuchten euch den Weg. Ja... Na ja, ich hoffe mal, die Musik kann ich drin lassen. Den geländen Ausschnitt. Ist immer ein bisschen problematisch, kennt ihr ja. Daimus Isle. Wow, das ist fantastisch, Alan. Ja, nichts schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drinnen, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlappe. Ich weiß. Ist schon gut. Alice hatte eine Phobie. Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. Ja, zur Angst vor der Dunkelheit fällt mir natürlich auch Alone in the Dark ein. Wo es heißt, es gibt einen Grund, warum wir Angst im Dunkeln haben. Aber wenn es direkt eine Phobie ist, dann ist es schon extrem. Ich meine, ich fühle mich jetzt in der Dunkelheit auch nicht unbedingt sehr wohl. Aber es ist nicht so, als hätte ich jetzt wirklich Angst. Es ist halt so ein Unwohlsein, aber ich glaube, das verspürt wir wieder. Oder zumindest die meisten. Alle, die nicht gerade total abgebürt sind. Ich weiß, wir sollten runter, aber ich wollte hier oben nochmal gucken. Wer weiß, wann wir da wieder Gelegenheit zu haben. Gucken wir mal. Ah, seht ihr? Seht ihr? Wir können was... Die Hütte verdankte ihren Namen offensichtlich der Form der Insel. Sie ähnelte einem riesigen Vogelbein. Alice hatte erwähnt, dass der See eine Caldera war. Unter ihr schlummerte ein Vulkan. Ah, okay. Ach so, der Diver, also der Taucher. So, was ist ich? Haupttaucher oder sowas? Das ist wahrscheinlich wie so ein Wasservogel oder sowas in Art. Deswegen Diver's All. Ich will in den Taucher. Okay. Wer? Private Property Note was passing. Ja, ist okay. Okay. Dann rennen wir mal wieder runter. Ah, schnell rennen geht jetzt gerade gar nicht. Schade. Egal. Dann genießen wir das Ganze eben ein bisschen. Kann man ja auch mal machen. Das war echt schön hier. Guckt euch das mal an. Da oben ist ein Gebäude. Ganz ehrlich, auf so einer kleinen Insel könnte ich mir auch Urlaub vorstellen. Schön ruhig abgelegen. Ich kann rausfahren zum Angeln. Das ist bestimmt schön. Das ist ein Brunnen. Wo ist eigentlich der Koffer? Ist der noch im Auto? Ja. Na gut. Gehen wir erstmal rüber und gucken. Lass uns das mal an. Okay. Die Brücke sieht jetzt nicht mehr so frisch aus. Aber sie hält. Ein Bördler Cabin. Okay. Allgemein so. Der Zaun ist auch nicht mehr so gut in Stand gehalten. Das Haus ist halt ein bisschen verwittert. Gut, aber das ist jetzt nicht unbedingt schlecht in Stand gehalten. Könnte vielleicht mal eine neue Lasur vertragen. Sonst so. Ja, so geht's eigentlich. Geht das ins Spiel? Ja. Das klingt sogar. Na gut, gehen wir mal rein. Sieht echt schön aus. Das hätten wir. Sehen wir mal hinein. Komm schon. Ganz schön dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Klar. Bin schon dabei. Okay. Den Strom einschalten. Da muss ja irgendwo ein Sicherungskasten sein. Ist wahrscheinlich noch erdwisch zu. Klar. Da ist auch zu. Ich dachte, wir sollen hier schlafen. Also. Urlaub machen. Wir können da verschlossene Türen drin sein. Gucken wir mal hier. Einen Moment lang suchte mich wieder der bedrückende Albtraum von der Fähre heim. Oh. Okay. Das war doch die Frau, die uns den Schlüssel gegeben hat, oder? Ich musste den Strom in der Hütte zum Laufen bringen. Irgendwo auf der Insel musste ein Sicherungskasten oder Generator sein. Okay. Den haben wir doch auf dem Plakat in der Hütte im Traum gesehen, ne? Was ist da ein Generator? Die Hütte sah aus wie eine Zeitkapsel aus den 60ern. Wenn nicht noch früher. Ja, 1970 steht drauf. New Day 1970. Ist schon eine ganze Weile her. Okay. Dann. Gucken wir nochmal raus. Draußen. Könnte ja... Was ist denn? Ein Radio. Die Hirschfestbesucher trudeln langsam ein. Ich habe gerade einen auf der Fähre getroffen. Einen berühmten Künstler. Mal sehen, ob ich Ihnen noch zu einem Interview überreden kann. Jetzt dran an die Telefone. Hallo. Sie sind auf KBF FM. Hallo, Pat. Hier ist Rose. Hallo, Rose. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich weiß, wer der berühmte Künstler ist. Alan Wake, nicht wahr? Er ist mein Lieblingskünstler. Ich habe ihn gerade im Diner gesehen. Ich freue mich so sehr, dass er hier ist. Er freut sich bestimmt auch hier zu sein. Tja, Freunde, die Katze ist aus dem Sack. Hier ist Batman auf KBF FM und jetzt etwas Musik. Das Wasser war klar, aber dunkel. Es sah sehr tief aus. Schön, wie er es immer zählte. Halt ganz der Schriftsteller. Okay, gehen wir wieder hoch. Und suchen nochmal nach dem Generator. Ja, ja. Generator. Genau, den suchen wir. Und ich versuche, die Musik zu übertönen. Genau. Und ich glaube, das ist mir jetzt auch ganz gut gelungen. Ah, okay. Ach klar, Stromkabel folgen. Ha, hätte ich auch selber drauf kommen können. Danke. Rose, Rose, heißt die Rose? Wer heißt Rose? Nee, oder? Klar, das ist Rose. Ich bin der Doktor. Ähm, Keller. Okay. Nee, folgen wir mal dem Stromkabel. Ist vielleicht gar nicht so dumm. Ähm. Ah ja, Generator. Ähm, Tür, 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 Tür. Ja, wirst du holen. Tür, Tür. Gibt es hier eine Tür? Wahrscheinlich schon dreimal dran vorbeigerannt. Was heißt jetzt? Wo ist denn hier die Tür? Das hier ist doch eine Tür, oder? Oder muss ich hier echt durchs Fenster einsteigen? Kann ja nicht sein. Ach Gott. Das Stromkabel führte zu dem alten Generator. Okay. Ah. Ah. Cooles Minigain. Es werde Licht. Alter, so wie der wackelt würde ich dem auch nicht mehr einmal vertrauen. Boah, guckt euch das Ding mal an, ey. Allein die Abgase, die das Ding ausschlüsst. Ich will gar nicht wissen, wie laut der eigentlich ist. So. Schatz. Die Lichter sind an. Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mache es mir bequem. Okay. Okay. Ich schaue mich ein bisschen um. Genau das hatte ich vor. Oh, ähm. So, das? Es war ein schöner Ort. Mhm. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Kontrollpunkte rechts. Sehr schön. So, wir können mal fokussieren. Alice hatte mir von der Cauldron Lake Lodge erzählt. Das alte Gebäude war früher ein Hotel gewesen. Heute war es aber nicht mehr öffentlich zugänglich. Ah, okay. Das war doch das, wo der Polizist gesagt hat, dass die zwei da ausgebüxt sind. Die zwei Rocker. Die zwei Brüder. Ich muss auch dazu sagen. Ich weiß noch was. Können wir schwimmen? Wahrscheinlich nicht. Ein erwachsender Mann in Amerika sollte eigentlich schwimmen können. Aber vielleicht nicht unbedingt in der Kleidung. Ah ja. Wie geht das an? Ist schon lokal geworden. Okay. Na gut. Ah, halt, halt. Was war das? Da konnte ich irgendwas untersuchen. Da habe ich mich jetzt da vertan. Stand doch gerade was, oder? Oder täusche ich mich da? Na gut, gehen wir mal zu Alice zurück. Alice? Schatz? Das wäre dumm, ein Gedanke. Alan, ich bin oben. Ich habe eine Überraschung für dich. Oben, Schlafzimmer, Reizwäsche. Kaffee. Oh, oh. Ich glaube, das wird eine schöne Überraschung. Okay, gucken wir mal. Also, äh, hallo? Ich bin nicht die Überraschung. Sie ist im Arbeitszimmer. Sie nach. Achso. Okay. Schade. Okay, gucken wir mal nach. Er hat genau das selber. Ich mag ihn. Oh. Überraschung. Schön. Alice, was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich habe gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice. Du, äh, alle wollen das. Hey, hey, hey. Hör doch mal zu. Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartman. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik. Spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Oh. Okay. Alan. Lass es. Lass es einfach. Ich will es nicht hören. Verdammt, Alice. Hä? Gott, verdammt! Er hat es gar nicht mitbekommen, dass es das Dunkel geworden ist. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Er hat es gar nicht mitbekommen, um nachzudenken, um nachzudenken. Er hat es gar nicht mitbekommen, um nachzudenken. Nun ist es gar nicht mitbekommen. Wow, wow! Fippie vor der Dunkelheit, nicht lustig. Bin schon da. Hä? Oh. Oh! Ui. Los, spring hinterher, Mann. Was wartest du? Immer weiter. Alice! Warte auf! Alice? Huh? Ah. Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den Nächsten zu tauschen. Okay. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war. Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen. Ich will nur mal eben noch was machen. Nur aus dem Grund, weil es ein Let's Play ist. Ich nehme mal an, dass es das Auto-Aiming ist, um im Let's Play anständig durchzukommen. Alice Sachen war ein Buch. The Creators Dilemma von Dr. Emil Hartmann. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht und der selbstzufriedene Typ auf dem Einband genauso wenig. Okay. Okay. Haben wir Taschen? Nein, sind wir nicht. Unsere Koffer immer noch im Auto. Okay. Wie zu meinen Geist sind das bis... Ach, war da oben runter. Okay. Was ist jetzt eigentlich passiert? Genau. Er ist ins Wasser gesprungen. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Ja, gut. Er ist ins Wasser gesprungen und plötzlich aufgewacht. Ja. Okay. Was sind das für Kabel? Ach, wir haben ganze Strommaschen. Okay. Oh, echt? Na gut. Gut, dass wir vorher noch aufgewacht sind. Okay, schauen wir mal weiter.